hallo und herzlich willkommen zu einem neuen von der trust and retrain zusammen mit dem sprach den frame hallo der julia drin dem karten ja hallo und dem maru ich hab doch mir als hätte ich noch nie mit mir aufgenommen das ist auch schon so lange her ja krasse männer musik im zwischenlagern verdammt 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 mein lager ist noch nicht fertig oh nein also für alle die das nicht wissen was haben uns zählten wissen anders als alle anderen menschen so manch andere die dann so 123 und dann erst mal noch mal fünf sekunden schweigen und dann fangen sie an ja das nervig wenn die leute noch schweigen sie schon runter gezählt haben jetzt kommt die zweite katze vom fenster reingeprochen was macht man hier die zimmertür zu damit man seine ruhe hat wenn die katzen dann im ersten stock durchs fenster eingehen du hast die tür dich zuzumachen vor den katzen haben habe ich ich brauche erstmal holz was nicht von mir stören ich kraften ja lasst euch bei mir nicht stellen wenn sie im hintergrund bauzt ich schaue mir jetzt das ende von minecraft ich mache mir sorgen ich glaube die gehört kasten jetzt hat noch irgendjemand irgendwie briggs oder so was für mugs clay halt also ich habe noch briggs wenn welche haben welche worte denn neun ja komm her my way gibt es hier keine diamond saw ich brauche eine diamond saw wie wird die hier gecraftet was für ein scheiß die wird anders gecraftet was wahrscheinlich es ist nervig ein haus wieder abzureißen um es dann anständig aufzunehmen wie mache ich den stone sticks zwei steine anstatt zwei holz richtige steine oder oder koppel 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 habe ich genug regenerieren lassen betreten sie mein haus dass das jetzt einmalig herein so hier links die kiste die da in der anderen diese kleine hier da ich will mal die bilders wand haben aber nicht mehr dass das insiert briggs was brauchst du denn die die normalen die äh dings die die aus dem ton aus aus ach so dann nimm dir den clay in der unteren kiste ne komm jetzt bei mir vorbei komm 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 ja ja ich komm bei mir vorbei so vielen dank leidens nevy ist bei seite diese nachladung mod nicht wo steckst du überhaupt ich bin bei mir im haus moment soll ich mich nur richtig morfen du bist bei dir im haus ja da haben wir eine diamond saw das haben wir schon mal das brauchen wir wo war dein hausgleich brauchen wir sagen links neben dein ach du hast du bist ach stimmt ja hab ich gerade vorgelesen letzte folge irgendwie da bist du ja schon okay aber das stimmt ich habe gesehen dass du hier irgendwie da außen ausgestoßen oder sowas ja das war als ich den fluch hatte musste ich ja folgen als grün aufnehmen das haus ist mittlerweile rot und hier sind die drinnen und da alleine dran gebaut hat weil ich das verstanden habe so einmal reinkommen sowieso dacke soo und dann moment das brennt ja hier schon äh guck mal hier vorbereitet guck mal hier brennen bricks oha oh das ist super danke dir und soo ich brauche nur die drei dann ach du hast ne drei äh also die neun so ach so ich will die Blumentöpfe haben weißt du ah Blumentöpfe ja ich dekoriere auch damit du kommst da du kannst aber auch nicht aus deiner Haut oder wie was meinst du damit du musst immer alles top optimal dekorieren und bauen oder das geht gar nicht so ich hinterlasse den mal da irgendwie so oh ja vielen dank für dein Video ja bitte dann machen wir schon mal das ach ich hab dich verwechselt ach bin ich doof der Harpe den meinst oder wem nee aus irgendwelchen Gründen hab ich dich jetzt ey Herr Creeper hau ab mit äh ich hab's vergessen oh jetzt brauch ich's ja man der Creeper von mir flieht das ist so lustig das brauche ich auch noch das ist so ja deswegen ja mit Karten hab ich ja gesagt aber mit dem noch also stimmt ach man kann aus Basal keine Treppen machen nur aus Basal-Kobbel du scream auch gut du scream Julia wo bist du denn eigentlich was bitte wo bist du denn eigentlich ich bin in der Safe Zone ähm aber ich weiß nicht ob du das so einfach findest äh dort wo du die letzte Folge gebaut hast also die aktuelle grad ja okay dann finde ich's ja vor allem das ist eigentlich richtig schön vom von deinem Haus aus weg nennt man da nicht recht schön ja was auch genau ich wollte eigentlich auch gucken wie ich da hab du da Fortschritte gemacht hast mit deinem Haus ja schon ein bisschen ja ich hab auch lange ne jetzt nicht mehr aufgenommen ich nehm jetzt das erste Mal auf seit unserer letzten Aufnahme ach so ja ich hab die ganze Zeit nehm mal aufgenommen gehabt ja boi ich hab das hier aber auch fünf Stück ach das ist was ach das ist ne Wolke immerhin fünf Stück so also äh ja Glowstone und die Farbe ihr weißt irgendwann nach ne Kiste haben ich weiß nicht wo so Glowstone äh als was warst du gemorpht Mandrake ich bin Bau hat noch jemand Kaktus Green hat noch jemand Kaktus Green ich hätt doch paar Kaktien Kaktus Green ist im äh Gemeinschaftshaus noch irgendwie zwei oder drei Einheiten da ok äh Julia Spritze ich mach geh halt weg da was was für ein Moment ich steh draußen ich bin der Bau äh äh das sieht so gut aus ich hab was mitgemacht ich hab was mitgemacht ich hab mir äh äh Waffenbox gebaut Dankeschön Darf ich vorher gemacht? Ja in welcher Kiste? äh ich hab zu viel äh 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 kann ich jetzt irgendwas besonderes? äh du kannst unter Wasser atmen du kannst in Lava schwimmen du kannst fliegen in jeglicher Form du kannst äh was haben wir noch drauf getan? du kannst auf deutsch gesagt ich darf jetzt nicht mehr sterben du müsstest auch fürs Herzen mehr haben glaube ich mhm also eigentlich hast du das was du vorher schon hattest durch die Gene von mir aber hast du noch zusätzlich ähm größer Effekt auf deine Schläge stimmt den haben wir auch drauf und das Ender Heal genau das Ender Heal auch noch cool dankeschön bitteschön du missfie ich stirb einfach mein Gott ey ja es tut mir leid sei doch nicht immer so unfreundlich zu mir ey ja echt ey was machst du denn hier warum rennst du auch als Babyzummi getarnt durch mein Haun nein nevi ist das immer noch da ich versteh das nicht wie macht man denn in die Blumentöpfe Zeug rein ja das haut nur mit kleinen Blumen hin ne ich hab auch ich hab meinen Kaktus aus ner Blumentop also du kannst auch nen Kaktus reinpacken irgendwie ja da muss ich ja nochmal irgendwie gucken gehen dass ich sind volle Blumen dafür finde ok ok hm ich muss noch mehr Kaktus kriegen das hilft doch nichts alles egal äh wirkliches Versand oh mit Fallschaden das ist so cool wenn man keinen Fallschaden mehr kriegt das ist perfekt für mich das ist so super echt wir müssen immer dran denken dass wir bis zur 50 Todesstrafe dann äh Antigen haben wieso wie Antigen warum wenn wir diszipliniertes durchziehen und nicht fliehen das ist ja vollkommen egal ist diszipliniertes durchziehen sich zwar mit der Tasse drückst das ja dann hast du halt die Strafe also äh da musst du selber aufpassen find ich also oh ich glaube Blumen 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 ich hab halt irgendwas mit Franzosen gelesen aber da steht Safe Zone dran und das ist so perfekt weil die mit dem meisten Schaden meiner Rüstung kommt klar ich bekomme ohnehin den meisten Schaden auf meine Rüstung immer doch Fallschaden das ist richtig perfekt für mich ja schaut so aus Bauen so ihr Hühnchen mit dem Aufzug ach da sollte ich auch die Samen in der Hand halten gell vermehret euch ich brauche mehr Höhne also was kann man so schönes bauen normalerweise normalerweise ist es doch so wenn ich eine Treppe bauen würde und würde die Treppe mit mit Zaun einkleiden würde es ja zum Garten gehören dann dürfte nie jemand meine Treppe kaputt machen mal davon abgesehen dass es eh Safe Zone ist aber trotzdem Bärenfalle war grad sagen in der Safe Zone brauchst ja keine Kopfstube machen das eben egal ist jetzt sammle ich Blumen halt selber das ist eh besser ich brauche mehr ich brauche mehr ich brauche mehr davon was machst du dann schon wieder Rafa ich baue mir mein Lager auf viel Spaß ich glaube das werde ich später auch noch machen das hat sich nämlich interessant ein Lager aufbauen 1 2 3 4 5 6 ach so das hört sich interessant an das stimmt ja das ist ein komisches Gewechseln ja musst du auch irgendwann machen aber 11 12 23 Stück brauche ich ok 23 Stück ich bin hier echt hart an der Grenze dass das wirklich noch als Safe Zone gilt hier 23 Stück na gut aber solange es hart an der Grenze ist geht es ja naja ich denke schon dass das noch passt Boah die ganzen Rohstoffe ich könnte hier stundenlang in dem Spiel also mit dem Mod nur mit Farmen verbringen 23 Stück brauche ich und dann bist du immer noch nicht fertig ne du sagst es ja Redstone ja Redstone Stück so ich könnte vielleicht mal einmal nicht daran denken ein Schild rein zu pappen dass es hier meins ist ne wäre besser Redstone wenn du klaut dir jemand das Haus solltest du tun ja das Haus mich wunderts echt dass es niemand gemacht hat nachdem ich jetzt so lange nicht auf dem Server war das sind halt eigentlich wenn man die anderen so lange einfach beschäftigt mit was anderem ja wahrscheinlich du darfst eh in der Safe Zone weder was äh kaputt machen noch klauen noch sonst irgendwie von daher achso nachdem wir das Haus klauen leider keine anderen Blumen ich hoffe sie gehen alle Interface Pipe das ist nicht für ein Geräusch mach nur eine geftige Spinne du gehst so ach so ich muss jetzt mal oben zu machen sonst habe ich ein Problem wenn die oben mich zu machen ne ja aber wenn ich hier oben zu mache dann muss ich auch wenn ich hier oben aufmache geht das ja oh jetzt habe ich mein Glas kaputt gemacht ich depp ok hier habe ich dann noch ein Glas woher liebe Spinne ich habe noch einen Schlag für dich über da haha damn so Müll gibt hier haha also ich brauche jetzt einen Elevator dafür brauche ich das schöne und das schöne ist da hast du so ein paar so ein paar Viecher da irgendwie ne die dir irgendwie an den an den Hals wollen und da daneben steht ein Creeper und der Creeper so nein Mami an den Gehirern der liegt nach Ocelot oooh der stück nach Katze haha also Wolle habe ich genug Ende Augen habe ich nicht genug nein ich will das Schaf töten heute hast du es aber mit der Dreck gegen Lache oder ich ne ja haha so wenn ich die Wände so ein Staromuster bauen so nur jeden also wenn ich meine Wände aber die Steine nicht berühren dann sind das hier immer nur einmal Einzellöcher da kann keiner rein ne ja durch einmal Einzellöcher darf keiner rein das stimmt auch wenn ich davon zig einmal Einzellöcher habe ok ja richtig ja du darfst nur nicht aus einem einmal Einzellöcher ein zweimal Einzloch machen dann ist es ja kein Einmal Eins Loch ich habe mich grad selbst verwirrt einmal einmal eins Wieso kommt da keine schwarze Tür raus? Das ist ja doof. Du wolltest eine farbige Tür haben. Kannst du machen. Ich hab hier verlaufen. Rosa Türen gehen. Ach da, ich bin ja gar nicht so weit weg. Nee, alle Farben gehen. Ja? Na klar, mit Carpentertür. Ja, mit Carpentertür sind super. Carpentertür sind so großartig. Der kann nicht halt so klasse aus, ne? Ich mach da einen. Frame, kann man, kann man, kann man, kann man, kann man Zäune aus Carpenter machen? Na klar. Wie denn? Ähm, du brauchst zwei Carpenterblöcke übereinander und links und rechts daneben ein Stick. Zwei Carpenterblöcke übereinander und links und rechts daneben ein Stick. Ja, ich glaub, da, links und rechts daneben, über den unteren Block. Was soll denn, was hab ich denn hier rausgegeben? Muss auch so gehen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Geilomat, vielen Dank. Bitteschön, mal gerne. Barrow, Sticken. Okay, da verbrauch ich jetzt noch ein bisschen mehr, aber das krieg ich hin. Das ist ja super. Dann kannst du quasi jede Holzart da, äh... Dann kann ich jedes Material imitieren mit dem Zaun, genau. Jedes? Dann kannst du auch dann Steinen sozusagen nehmen? Ja, ja, genau. Du setzt quasi den Carpentersblock dann hin, also was immer du gecraftt hast. Achso, du hast also deine Tüler gebaut? Genau, und so hab ich meine Türen gemacht. Und dann kannst du einfach, äh, also... Das Material machst du, in dem du Material in die Hand nimmst und dann auf den Carpentersblock, den du gemacht hast, draufklickst. Und wenn du so ein, so ein Carpentershammer hast, dann kannst du auch noch die Struktur ändern. Hat mir alles Frame beigebracht. Struktur ändern? Ja. Ist echt super cool. So, jetzt aber hoffentlich... Nein, wieso gehen die Blumen nicht? Da? Na gut, die geht. Das passt ja schon mal. Die wollte ich hierhin machen, die geht nicht. Äh, jetzt muss ich Blumen zu gehen. Mhm? Bin an deinem Haus mit meiner Tür. Entschuldigung, ich dreh um. Boah, ich würde diese doofen Wolken hier wegmachen, sieht das dem nicht aus. So, egal, ich, jetzt, ich mach jetzt erst mal eins, du dich am Tag. Was denn? Oh. Ich lasse nicht aus. Wasser macht den Acht. Dankeschön. Bitteschön. Ähm, du setzt die eine an, dann kannst du mit rechts drücken, mit jedem Material draufmachen, und dann nimmt die Tür diese Farbe an. Ah, cool. Und wem mal... Ach, dann kann ich jetzt gleich mal schauen, wie man diese Tür macht. Mal gucken, wie macht man die? Ah, das war die falsche Taste. Welche Taste waren es noch? Guck mal. Ja. Wann nochmal, was muss ich doch U drücken, damit ich sehe, was ich mach damit. Sehr geil. Irgendwie doch nicht. Na, versuch mal mit eher. Mir abschuldigt, yay. Nein, er ist sortieren. Hm. Okay, dass ich da... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das bin ich nicht erde, ich glaub's nicht. Was ist das? Ich würde mir quasi Teleporter bauen überall hin in meinem Haus, das ist ja geil. Ah, das war's. Ach, du Scheiße. Okay, ich würde es eigentlich gar nicht, man braucht nur Holz, es ist mir nicht. Oh, ja, ich sehe es gerade. Oh, was ist das denn? Dankeschön. Aber wenn man aus dem Krabbelersport für jedes Batteria benutzen kann, ist ja viel geiler. Ich hab den Creeper verjagt. Dann baue ich die Steins. Habe ich nicht vorhin irgendwo Holz pulverisiert? Doch. Wie kann ich daraus Papier machen aus den Woodchips? Reihe ineinander. Ja, alles klar. Oh, Papier? Äh, es ist gut, dass du das herstellen kannst. Ah, ich hab ne Farben bei mir im Haus. Sag mal, das kann man auch herstellen. Woodchips. Goldnackets und Tom Redstone. Habe ich ja zum Glück alles hier? Das ist natürlich geil, da ist mein Kistenraum safe. Praktisch. Weil er keinen Eingang mehr hat. Nur ein Portal. 14 reichen gar nicht, ich brauche davon mehr. Ich brauche mehr Papier. Unglaublich. Ich brauche wieder Leder. Ja, das ist doch richtig. Ja, ich brauche die Frage. Ach Gott, das holst du dahinten dran. Ah, okay. Uh. Ein paar Blöcke. Egal. Arcaden, dein Vorgarten schaut leicht gefährlich aus. Ein Vorgarten schaut gefährlich aus? Ja, mit den ganzen Figürchen. Das ist auf Frame. Ich hatte die ganze Figur hier aufgestellt. Ach so. So soll den richtigen Ort kommen und zwar hier muss. So, wie weit bewässerte Wasser? Acht Felder weit, glaube ich, ne? Hier. In jede Richtung. Hier in jede Richtung. Ja, eins, zwei, drei, vier. Ich fliege ja voll da nicht hin, wo ich hin wollte. Ach Mist. Egal, fliege ich halt woanders hin, da wollte ich auch mal hin. Ach Skeletten, lass mich in Ruhe, ey. Hier. Perfekt. Was ist das für ein Baum? So, Glowstone. Und jetzt wird Glowstone in den Boden verziert. Geht jetzt das Tropiccraft-Tor schon oder nicht? Wir wissen nicht, wo. Ach so. Das ist ja klasse. Du wiesst nicht, wo. Ich dachte, das ist irgendwo in der Safe Zone, neben dem Haus von... Da war es mal, aber auch vier Schräg, ne? Das ist Syrah natürlich. Hat er das Jugendgesetz gehabt? Und wir können ja mal Nefias fragen. Ich glaube, der hat es gesetzt. Ach, der ist ja auch noch da. Ja, der müssten wir eigentlich mal finden, umlegen, oder? Ja, andersrum vermute ich eher. Der wird uns eher umlegen. Moment, was bedeuten, dass das dann mal fünf neben meinen Namen steht? Dass du fünfmal gestorben bist. Der redet schon von... Ich dachte, ich wäre irgendwie cooler, weil ich mehr hab wie ihr. Oh, jetzt kann man halt das Glowstone machen. Wer steht an der Grenze der Safe Zone? Das Tropical Tor. Nefias entwartet auf uns. Jetzt wahrscheinlich schon. Spinn ich auf. Der Stein gefällt mir. Mach das Gelett, lass mich in Ruhe. Hast heute aber auch Probleme, oder? Ja. Unglaublich halt, ne? Alter, komm. Wär schon fast bemitleidenswert mit dir hier. Ja, aber nur fast. Fast kein Mitgefühl für ihn, oder wie jetzt? Muss ich da mal gucken. Es gibt da mit Sicherheit auch voll die coolen Beleuchtungen hier. Ja, klar. Ich hab an mir eine relativ coole Art verbaut. Uäh, das ist ein Loch. Was hast du gemacht? Ich hab, ähm, verschiedene Fences aus Carpenter-Glöcken gemacht. Und dann Glowstone reingesetzt. Oh, echt? Du, das ist brillant. Bei der Idee, ja. Jetzt sieht's aus, dass ich so Leuchtstäbe rumstehen. Was? Ich guck mir gerade alle geschilderten Glowstones an. Kann ich dir auch geschilderten Glowstone da reinpacken? Ja, hab ich auch. Das hat sich so falsch an. Kannst du Glowstones schizzeln? Ja. Klar. Klar. Klar, natürlich, ja, logisch. Das kannst du nicht schildern. Verstehe. Basalt. Bin ich die Einzige, die nicht weiß, was das ist? Ja. Meisel. Okay. Good. Dann wär das auch geklärt. Alles klar. Aber jetzt, Basalt kann man nicht meiseln. Doch. Du musst ihn vorher brennen. Ja. Ich bin auch so wie Marmor übrigens. Das musst du auch vorbereiten. Herr Platt, Basalt. Nee, Basalt nicht, sorry. Zählen kopflose Zombies als welche mit, äh, gut auf? Das, äh, muss du brennen und dann musst du, äh, immer vierer Blöcke anordnen. Ja, da kannst du trotzdem was ändern. Ja, dann sieht das so aus wie bei meinem Haus. Ah, ich bin halt Bricks. Ah. Ja, und die Bricks kannst du nochmal. Wo? Ähm, die Bricks nochmal in vierer, äh, ne, zweimal zweier anordnen. Ah, mein Schatz. Aus. Voller Witz. Mein Gott, meine, meine, meine Achse ist ja fast im Arsch. Ups. Das wäre ja glatt, schwarze Boden besser als die. Und das ist diese, das ist das hier, die, äh, Carpetal, ah ja, okay, alles klar. Das ist echt, das sieht geil aus. Das kopiere ich mir, wenn das recht ist. Höh, wie viel brauche ich denn jetzt davon? Ich hab 14, 15, 16. Äh, ja, dann passt das so vom, vom, vom Stil her aber noch. Ups. Kopiere ruhig, wir sind ja eigentlich alle, alle, äh, in dem Stil. Du kannst mit nem Hammer dann noch das Aussehen der einzelnen Säulen noch verändern, was immer richtig krass ist. So, mal das hier, wir dürfen abprobieren. Erstmal muss jetzt... So, das Dingkarten kann ich jetzt mit Redstone. Lila, Lila, da brauche ich ja schon wieder, ne, warte mal. Türen brauche ich. Lapp ist so ein Green, ne, Lapp ist so ein Green, genau. Nein. Wasser-Hatischocke kann ich nicht so anbauen, ne? Auf Wasser. Wasser? Ja, logisch, Scheiße, Loll. Ja, okay, logisch, Wasser-Hatischocke, ist klar. Das ist der schöne Glow-Ton, ja, das ist der schönste Glow-Ton. Ja, eindeutig zu wenig Kaktus-Green. Für mich, das ist so großartig mit den Karten-Tasen. Ich hab, ich hab eins Deck. Hm? Eins Deck Kaktus-Green. Echt? Kann ich haben? Ein bisschen was? Ich soll das selber schnell holen. Einfach nur draußen gefarmt, so blaue Blumen und äh, lila Blumen und gelbe Blumen. Oh, ich hab's Kaktus-Green auch nicht, kann ich zehn haben von dir? Da musst du herkommen. Wo bist du denn, oben, bei deinem Haus? Ja. Stehen hier Kisten. Welches ist denn deins? Scheiße. Das, das Haus mit dem geschieselten, äh, Cobblestone. Aber nicht, dass das aus Wolken gebaut ist, ne? Oh, mein Gott, was mach ich denn? Da muss ich ja auch machen. Wir stehen hier Kisten vor. Du, du, geschieselter Cobblestone. Blaues Haus, blaues Haus. Blaues Haus, blaues Haus, blaues Haus. Da hinten ist ein rotes Haus. Hast du einen Garten auf dem Dach? Ja. Auf dem Dach nicht. Was? In den Garten auf dem Dach? Ich hab einen Garten auf dem Dach. Ich bin nicht auf dem Dach. Hallo? Weiter darf ich nicht, hallo? Hier, hallo, kannst reinkommen. Hallo? Hallo? Ach, was? Du musst nicht bei mir. Kannst reinkommen. Ich darf reinkommen, yay. Sag mal, wo ist denn hier jetzt das Daufe-Z? Hier, hier muss ich draufstellen und ducken. Come on, ey. Geh nicht. Ducken. Wie oft? Ah, nur einmal. Ah, interessant. Und wo krieg ich jetzt, äh... Äh, weil das hab ich, glaub ich, nie. Wie brauchst du? Ähm, zehn, sag ich mal. Kannst du auch später wiederhaben. Ich züchte ja Kakten so bei mir. Kakteen. Jetzt muss ich einfach springen, oder was, wenn ich laufe? Genau. Wieso ist da eine... Bin ich noch einmal? Oder bin ich hier hochkommen? Nee, du kannst jetzt erst mal kriegen. Oder bin ich hier hochkommen? Die haben ja alles aufgestellt. Ich hätte Glück Wolle. Ich hätte Glück Wolle. In der Safe Zone? Ach so, keine Wolle. Nicht genug Wolle, ich brauchst acht Wolle dafür. Denk mal. Ach so. Dass er selbst aufgestellt hat? Oder wie? Du, nicht für ein System gebaut, eigentlich? Nee, irgendjemand würde ja aufstellen. Ach, das ist ein DNS-System. Okay, ja. Ja, das billige. Aber wenn ich jetzt die DNA mache möchte, gehe ich zu Karten. Und da muss es sein Haus aus. Ja, und wo ist jetzt das Portal? Tropicraft Portal. Ach, hier ist das Portal. Hier ist das Portal. Wo? Wo, wo, wo? Wo, wo? Hier ist das Portal. Was, wie, was für ein Portal so? Nee, das Tropicraft Portal. Ach so, nee, das weiß ich nicht. Bin wieder weg. Ich weiß nicht, wenn ich gerade schon mal hier bin, kann ich irgendwie, aber... Die Grenze des Safe Zone ist eine gute Aussage. Ja. Am, am Grand. Am Grand, das ist was? Beim Grenzen des Safe Zone? Beim Grenzen des Safe Zone? Beim Grenzen des, ach so. Das ist nicht verschrieben. ich werde es hier nicht finden ich weiß ja jetzt schon ich fliege doch hier nicht noch drei stunden durch die pampa ich weiß ja noch nicht mal wie das aussehen soll euch nur so ein liegestuhl ja okay dann haben wir das ja schon mal brauchst du den den drink um da rein zu kommen also ja dann hat es ja keinen sinn obwohl es nicht schwer ist eine pina colada coconut chunk das geht einfach im team hier geht auch aus den bäumen hier noch ist ja ein schöner stein ich kann auch auswendig alles was die bäume hier noch kannst du ja auch wieder anpassen kannst du fällen zwischendurch boah hier ist ein fieses glatt hallo hallo so item ist traktor extraktor so jetzt muss ich wieder lesen was mir aufgeschrieben habe also filter filter mode ich hab keine ahnung mehr das ist gut ich glaube am anfang ist alles da gibt es eine whitelist items are whitelistet so wir dürfen auf den server drauf items are blacklisted ne die müssen whitelistet sein dieser glatte korbel der glatte glowstone ist ja geil weißer komplett weißer block der leuchtet ist ja voll ist da rein okay das ist gut ja hört sich gut an den weißer der leuchten kannst du beim hauskommen da siehst du es ja au weich wo es ist what the fuck nee leider nicht was machen die verdammten minizombies hier nein nein so jetzt brauchen wir hier wir sind kacktein da könnt ihr euch selbst dran umbringen hahaha vor allen dingen zählt das ja wohl nicht als getötet wenn wir sich selbst umbringen oder ich brauche viel orange ein bisschen hell mehr nicht orange brauche ich aus gelb und rot das kann ich ja so viel brauchen ach da ist er die sterben auf mein kacktus ja ja ich hatte keine dusse selbst zu töten weil da war einer mit hud dabei weißt du hier nur eure hudstrafe 22 22 ich kriege da immer zwei farben raus oder boah ich brauche jede menge davon scheiß ich brauche viel zu viel warte warte woher ich kriege das sind um 48 das reicht ja überhaupt noch nicht war nicht ganz symmetrisch aber krieg mir mir immer was zu essen abzieht 24 das ist ja gerade mal die helft ich brauche noch gelbe und rote blumen noch viel scheiße ja ich brauche noch irgendwie blumen hübsche blumen kein problem zum einen topf wegzoll kannst du tomaten anfangen zu nehmen davon habe ich ein paar ne ja tomaten habe ich pflanze gerade selber an aber ich meine richtig hübsche blumen für den blumentopf ich habe erst eine gelbe irgendwie ich brauche noch rot und ich weiß nicht was man noch in den blumentopf packen kann kannst du die von natura reinpacken ne viele von den blumen gehen einfach gar nicht geht einfach funktionieren nicht ich brauche gelbe und rote blumen hm 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 mhm ha leute die folge ja jo do ja also m er oh 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 das gefühl das ist nicht der weg zu meinem nein es ist nicht direkt zu meinem volk jetzt doch aber ich glaube immer den falschen das geht alles klar dankeschön ich glaube links klicken auf und einem raushalt durch scrollen kann sich farbe ändern außer du ja dann folgen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann tschüss